So, Leute, ich bin wieder unterwegs, dass wir kein Vlog werden, sondern einfach nur eine ganz kurze Info. Heute ist Sonntag, es wird da echt kacke, ich bin wieder mit dem Wuff draußen. Ja, Minecraft-Settel ist ja jetzt vorbei. Wir haben ja gestern die letzte Folge. Und der Fisch, der Kunga, der Esel weiter. Und ich habe eine neue Idee. Und die wollen wir euch die nächsten Tage präsentieren. Und bei dieser Idee könnt ihr persönlich nicht nur als Kommentar, sondern richtig mitwirken. Mehr Infos dazu? Würde es die Tage geben, wenn nicht sogar noch heute, wenn alles klappt, wenn alle Zeit haben. Ja, ansonsten versuche ich jetzt, dass ich heute noch ein bisschen was hinkriege. Ich würde heute produktiv sein, heute Abend kommt ja schon Ex-Fit. Ich möchte den Vlog noch schneiden, der jeden starb. Denn da waren wir mit Chibi und ich wieder mit dem Hund unterwegs. Und da haben wir eine Menge gemacht. Eine Menge Interessantes, eine Menge Cooles. Und ja, ich versuche auf jeden Fall noch ein weiteres Minecraft-Video hinzukriegen für heute. Und da würde ich sagen, wenn ihr Bock noch habt, lasst ihn doch mal schon nach oben da. Also, sagen wir so. Wenn ihr Bock drauf habt, dass der Hunde-Vlog heute noch kommt, dann lasst ihn doch mal schon nach oben da. Schaut in die Beschreibung. Da verlinke ich euch nämlich ein anderes Video. Nämlich den Vlog, den ich gestern hochgeladen habe. Er ist zwar nicht spektakulär, es ist nicht viel passiert. Danach habe ich da ein bisschen dran gesessen. Ne, das ist halt im Endeffekt der erste richtige Vlog, wo ich ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt habe. So, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich den Wuffi-Vlog, wo ich mit Chibi unterwegs war und wir ein bisschen mit dem Hund Quatsch gemacht haben. Wenn ich das heute noch schneiden soll und heute noch rausbringen soll, dann lasst ihn doch schon nach oben da. Denn bei den Däumchen setze ich mich heute noch an. Aber ich kann nicht versprechen, dass der Däumchen heute kommt. Weil ich muss nicht um 16 Uhr für den Rest des Tages weg. So, was nochmal die hier gemacht haben, sieht ein bisschen kaputt aus. So, dann würde ich sagen, Leute, ich gebe noch ein bisschen auf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Tschüss, tschüssi. Tschüss, tschüss, tschüss. Juch.